Jo, und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Pokémon Mond. Wir haben im letzten Part, ja, ihr seht es ja unten, den, oder rechts besser gesagt, den, ähm, ja, den Rotom-Pokedex bekommen, beziehungsweise ist Rotom in unseren Pokédex reingegangen. Warum? Wieso, weshalb? Man weiß es nicht, aber, naja gut, Rotom ist ja bestimmt cool und der kann sogar sprechen, was letztendlich nicht cool ist. Aber gut, okay, ein Wingull haben wir hier. Da ich schon ein Wasser-Pokémon und eigentlich auch ein halbes Flug-Pokémon habe, lohnt sich Wingull so gar nicht, deshalb fliehen wir. Ja, wir haben ja noch mit unseren beiden Freunden, hier sind wir gut dran und ich habe es schon gerade auf der Karte gesehen. Ich glaube, wir kommen gleich endlich mal zu einer Pokémon-Zette, das würde ich nämlich gut finden. Würde ich richtig gut finden, weil ich das hier nämlich auf der Karte sehe, weil ich denke mal, wir müssen da hin, wo die rote Fahne ist. Ach, das Tauros ist auf einmal weg, alles klar. Bevor wir zur Trainerschule gehen, sollte ich dir wohl das Pokémon-Zette zeigen. Folge mir. Ach, es ist wieder so ein bisschen Tutorial-mäßig, ja, wie man es ja kennt. Am Anfang immer. Oh, sieht ja schick aus. Wenn du mit der Dame dort sprichst, kümmert sie sich um die verletzten Pokémon in deinem Team. Bewundernswert, oder? Ich hingegen kann es nicht ertragen, verletzte Pokémon zu sehen. Über den PC dort hast du zu kaufen, das Pokémon-Lagerungssystem. Boah, der ist ja klein geworden. Damit kannst du Pokémon ablegen oder mitnehmen. Beim Pokémon-Supermarkt gibt es diverse Dinge zu kaufen, die sich auf deiner Reise als nützlich erweisen werden. Dort sollte jeder Trainer unbedingt einmal vorbeischauen, denke ich. Das ist der Kaffee-Bereich. Hier kann man sich meiner Meinung nach schön bei einem Glas frischer Kuhmilch erholen. Übrigens unterscheidet sich das Angebot im Kaffee-Bereich vom Pokémon-Center zu Pokémon-Center. Zumindest steht das so im Reiseführer. Du findest dort nicht nur Getränke, sondern auch Süßes. Ich habe gehört, dass die Angestellten auch gute Ratschläge für Trainer auf Inselwanderschaft, auf Lager hätten. Also gut, wir sollen uns jetzt wohl auf den Weg zur Trainerschule machen. Wenn du möchtest, kann sich die Dame dort zuerst um deine Pokémon-Team kümmern. Genau das habe ich auch vor. Ah, die Trainerschule ist dolles Ziel festgelegt, okay. Das sieht echt geil aus. Das habe ich ja schon in der Demo gesehen. Hat man ja schon gesehen. Oh, der PC ist mal echt krass. Wenn man sich bedenkt, wie das früher aussieht, das war so früher so ein Riesengenerator. Und jetzt ist das so ein kleines Teil. Ah, auch nicht schlecht. Ach, und das ist auch mal praktisch. Man kann jetzt am Anfang nicht mehr direkt sagen. Oder kann man jetzt nur noch bewegen? Oder habe ich jetzt bewegen gedrückt? Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet. Jetzt warte mal kurz. Nee, tatsächlich, man kann jetzt nur noch bewegen. Äh, okay. Na gut, das ist aber auch eigentlich richtig so. Weil abnehmen und mitnehmen fand ich eigentlich früher meistens immer unnötig. Weil da muss man sowieso immer zweimal klicken. Und von daher ist das schon richtig praktisch. Man kann es natürlich auch wieder mit dem Touchpen machen. Wie man das halt von Pokémon so kennt. Gut. Ach so, suchen. Ui. Praktisch, praktisch. Praktisch, praktisch, praktisch gemacht. Aber okay. So, was haben wir denn so im Laden für eines? Pokéball, Trank, Gegengift. Ah, ich nehme mal ein paar Schutz mit. Fünf Stück. 35! Wo haben wir denn 35 Geld her? Hat die Mutter uns damit so viel Geld beballert? Oder wie sieht das aus? Man kann sogar Fluchtseile kaufen. Konnte man das immer? Ja, ich meine ja, man konnte schon immer Fluchtseile kaufen. Ich meine mal eins mit. 1.000 ist schon ordentlich. Ja, und ansonsten Supertränke haben sie noch nicht. Naja, ansonsten lohnt sich da nichts noch weiter. Ja, wobei Gegengift und Parahyler kaufe ich mir nochmal. Äh, Parahyler nehme ich mir mal fünf Stück mit. Und Gegengift, ähm, acht. Genau, so, dann passt das jetzt hier. Wunderbar, dann schauen wir uns jetzt nochmal kurz an. Oh, schöner Teich im Übrigen. Ein Indoor-Teich. Das ist noch etwas hier bei diesem Kaffee-Bereich ist. Hier könnte sich Tränen eine kurze Ausdruck können. Einfach mal abschalten. Was kann ich dir bringen? Och, ein Glas Limonade. Trinke ich die dann oder für das Pokémon? Oder ist das das Item? Limonade in der Tasse? Okay. Ob du deinen Gegner nun kennst oder nicht, weil wir kämpfen mit Zeitbegrenzung, zeig ich dann so eine Mäste hier. Verrückterweise führt das manchmal dazu, dass man völlig die Zeit vergisst. Und hier hast du eine kostenlose Reingabe zu deinem Getränk. Die gibt es nur einmal pro Tag. Dieser Keks ist eine Spezialität aus Mahagonia City in der Ioto-Region. Okay. Ein Wutkeks. Alter, nicht schlecht. Oh, dass man das nicht sieht. Und das ist für deinen Pokémon mit den besten Empfehlungen. Einige Pokémon-Bohnen. Pokémon-Bohnen sind eine Spezialität aus Alola. Pokémon sind ganz verrückt nach ihnen. Fütterst du deine Pokémon bei einer Poké-Pause mit Pokémon, werden sie zutraulicher. Bitte behehre uns bald wieder. Ja, gerne, gerne. Dass man das zwar nicht sehen kann, was da abgeht, aber egal. Gut, dann zur Trainerschule. Die Trainerschule ist... Oh, was geht denn da wohl vor sich? Ach, das Tauros. Da sehen wir es mal wieder. Wie es scheint, versperrt Tauros den Weg. Aber unser Ziel ist ja sowieso die Trainerschule. Also müssen wir uns wohl keine Gedanken darüber machen. Gehen wir hinein. Das klingt so, als würde es... Das ist doch sicher eine Schule für Pokémon-Trainer, oder? Ja, Rotom, das ist so. Eigentlich würde ich zwar denken, jetzt dass da irgendwas ist, aber mit dem... Äh, ich lasse es aber jetzt erst mal. Oh, Jake. Ich muss wohl irgendwie... Muss euch irgendwo... Wohl irgendwie überholt haben. Willkommen in der Trainerschule. Ich muss für alle aufstreben, ein Trainer. Größer als sonst. Ah, Professor Kukui. Das ist also der Junge, der Unterricht erhalten soll. Genau, ich verlasse mich auf sie. Vier Trainer. Deine Aufgabe ist es, hier gegen vier Trainer zu kämpfen, Jake. Die Erfahrungen, die du dabei sammelst, wirst du dich... Wirst, werden dich und deine Pokémon stärker machen. Ach ja, wo ich gerade von Erfahrung rede. Danke. Brauche ich nicht. Wenn der EP-Teile eingestellt ist, erhält nach einem Sieg alle Pokémon in deinem Team Erfahrungspunkte. Bei dieser Unterrichtsstunde halten sich manche deiner Pokémon im Inneren und manche außerhalb des Schulgeländes auf. In den einzelnen Klassenzimmern erhältst du außerdem hilfreiche Tipps. Also dann, der Unterricht fängt an. Schule, muss das sein? Sie sieht vielleicht harmlos aus, aber all ihre Schüler sind starke Trainer. Einer von ihnen wurde nach seinem Abschluss sogar ein Käpt'n. Noch ein kleiner Hinweis von mir. Wenn du einmal gegen einen Pokémon kämpft hast, wird dir angezeigt, wie effektiv eine Attacke gegen es ist. So bekommst du Infos zu den Wechselwirkungen zwischen den Typen. Um wilde Pokémon zu treffen, musst du einfach nur ins hohe Gras gehen. So sammelst du eben nur viel Kampferfahrung. Dankeschön. Die vier Pokémon-Trainer. Natürlich musst du sie auch noch besiegen. Das ist mir wohl bewusst. Sofortlink, Festivalplaza. Wo kommt das auf einmal her? Kampfvideos, QR-Scanner. Keine Ahnung, wo das jetzt auf einmal alles herkommt. Jetzt hier ein QR-Scanner. Lies mit dem Buchmann zu... Ja, wo man dann soll... Nein, QR-Code-Scanner. Dann musst du zwei Stunden warten, um ihn erneut verwenden zu können. Oh Gott. Wozu soll das gut sein? Äh, nee, mach ich jetzt nicht. Jetzt habt ihr einen kleinen Ausschnitt von meiner Tastatur gesehen. Okay. Hahaha. Äh, auch nicht schlecht. Ja, Kampfvideos lasse ich jetzt mal. Sofortlink. Ach, das ist, glaube ich, dieses, ähm... PTS-Künstler. Was ist Festivalplaza? Was zum Teufel? Willkommen auf dem Festivalplaza. Ich bin Triss. Was ist das? Der Festivalplaza ist ein geheimer Ort, an dem sie Spiele aus aller Welt mithilfe der Kommunikationsfunktion treffen können. Ich veranstalte gerade ein Festival, bei dem sie sich trennen und teilen austauschen können. Äh, wenn ich so richtig in Fall habe, brauche ich deine Hilfe. Äh, ja. Ein Auftrag, erhält sich bereits ein Besucher auf. Okay. Was doch immer das zu bedeuten hat. Hallo. 2FM. Ach so, ich muss, glaube ich, nochmal mit ihm reden. Was ist das? Festival-Münzen. Ah ja, und die kann man dann nur gegen in der Losbude austauschen. Okay. Losbude, Ballon-Turnbude. Gruselbude. Gruselbude. Imbissbude. Alte Schwede. Was ist das? Das sieht zwar ganz nett aus. Komme ich eigentlich raus? Ich komme hier gar nicht raus, sehe ich gerade. Oh Gott, warum habe ich das getan? Ich hätte das wahrscheinlich nicht machen sollen. Ja, ich denke mal, das ist relativ unnötig. Das ist mehr so jetzt nicht die Hauptstory. Ähm, ja. Es gibt zwei von diesen Dingern. Okay, ich gehe mal zur Losbude. Ach so, ja. Darf ich noch nicht nutzen. Ah, okay. Dann lasse ich erst erledigen. Wahrscheinlich darf ich alles noch nicht nutzen. Äh, was ist das, ey? Relativ unnötig, wenn ich ehrlich bin. Rang zwei, okay. Ach, lokal ist das auch was. Ich hoffe tatsächlich auch, dass das jetzt nicht hier irgendwie, dass die online spielen, diese drei da. Das große Los eins. Aha. Alles klar. Wie komme ich jetzt? Ah, okay. So komme ich raus. Das Touchscreen-Menü wurde freigeschaltet. Ach so. Das ist sozusagen noch dieses Wundertausch, was es auch früher gab. Ah, okay. Erinnert mich aber auch so ein bisschen an, ähm, an Pokémon Platin. Da gab es nämlich auch was so in der Art. Ein Überheiler. Boah. Der Wahnsinn. Oh, geil. Ich habe im Viertel, äh, ganz zu Anfang schon einen Hyperheiler bekommen. Krass. Aber ich gehe hier wieder raus. Wir wollen mit der Story weitermachen. Vielleicht sage ich euch irgendwann am Ende nochmal, dass krass hier was hier abgeht. Aber jetzt machen wir erstmal hier die Story weiter. Und wir sollen naja wohl kämpfen. Aber du willst schon mal nicht kämpfen. Ah, hier ist ein Item. Ein Trunk. Ob ich da rankomme? Ich weiß es nicht. Sieht mir wohl nicht danach aus. Oder doch? Bist du ein Trainer? Ja, anscheinend ja. Anscheinend ja. Knirps Alex. Der Alex. Der hat ein Safcon. Oh, super. Ein Safcon. Ja, jetzt tut es mir leid. Ach komm, nee, das mache ich jetzt schnell mit DF. Weil, nee, also, nee, lass mal lieber. Also nochmal so ein Safcon-Kampf. Ich glaube, den erspare ich euch lieber. Einmal reicht. Erspare ich euch lieber. Ach, das kann aber sogar schon Tackle. Na gut. Da will ich ja nichts gesagt haben. Aber nee, 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 nee. Lass mal lieber stecken. Wir haben jetzt schon genug Zeit vergeudet. Finde ich. Und warum muss... Och, komm. Ich will diesen EP-Teiler nicht nutzen. Habe ich gesagt. Och, komm. Kann mir das... Warum ist der automatisch schon eingestellt? Ja, dieser EP-Teiler ist neu eingefügt worden in, ähm... In X und Y. Und ich finde ihn sowas von lächerlich, wie der geworden ist. Weil früher war es so, dass man diesem EP-Teiler ein Pokémon geben kann. Und dann hat dieses, ähm... Dann Erfahrungspunkte bekommen, wenn es nicht im Kampf teilnimmt. Ist ja klar. Aber hier ist es dann ja so, dass jedes Pokémon im Team Erfahrungspunkte bekommt. Und ich finde, wie gesagt, dass es absolut unnötig ist. Weil es macht es einfach nur enorm einfacher. Und nee, so mag ich das nicht. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das lasse ich mal lieber. Da habe ich keine Lust zu. Weiß nicht. Wer das nutzen will, der darf das ja gerne machen. Aber für mich ist das nichts. Für mich ist das... Ist dieser EP-Teiler nichts. Nee, 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 nee. Ich brauche den nicht. Okay, aber gut. Dann war das wohl der erste Trainer. Dann gehen wir nochmal hier rechts rum. Und dann gehen wir wohl gleich mal das Hauptgebäude rein. Und tragen mal wieder. Noch keine Attacke. Ich würde mich langsam freuen über eine Attacke oder so. Würde ich mir echt cool finden, langsam da eine Attacke zu finden. Okay. Hast du eine Trainerin hier? Sieht so aus. Sieht es so aus, eh. Das ist ja mal gut, eh. Okay. Sportskanone Julia. Und die hat einen Packpack. Okay. Ja gut. Da wir ja wissen, dass... Dass unser Freund Ladybar, AK Mitaku, sich sehr freut, wenn er Flug-Pokémon sieht. Werde ich austauschen. Weil den will ich ihm da doch nicht so schutzlos ausliefern lassen. Und ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich mal gucken will, ob ich schon so ein paar Ideen für mein Team habe. Aber habe ich mir noch nicht gemacht. Aber ich glaube, ich werde da mal warten, bis ihr da irgendwelche Vorschläge macht, denke ich mal. Weil ansonsten werde ich einfach mal schauen, was so, 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 so auf den Routen so am Anfang dieses Spiels, wo ich da so auf welche, so ich so treffe, so, 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 so und so, so, so. Ich nicht sprechen tun können, nicht Sprachfehler haben. Oh nein, aber mal sehen, wie das so läuft. Aber wie gesagt, ich mag das halt mit diesem EP-Teiler nicht so. Das ist irgendwie nicht so, nicht wie es früher mal war, wie es eigentlich so ist. Das ist total, nee, 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 ich brauche den EP-Teiler nicht. Gut, dann sind wir hier im Schulgebäude. Ich denke mal nicht, dass du eine Trainerin bist. Doch, bist du, okay. Es sind ja einige, die hier kämpfen wollen. Ich habe immer das Gefühl, dass es sogar mehr als vier sind, die wir eigentlich herausfordern sollen. Aurelia. Eieiei. Mobei. Ja gut, da werde ich natürlich auch Ladybar nicht nutzen. Weil eine Gesteinsattacke nochmal richtig böse für ihn sein wird. Ähm, nee. Deswegen. Aber den Vorteil habe ich ja, da ich ein Wasser-Pokémon habe. Mit unserem guten Freund Robball. Trog-Trainer. Was macht das nochmal? Spezialverteidigung, okay. Ja gut, ich denke mal nicht, dass so eine Chance ist, überhaupt anzugreifen, Mobei. Von daher. Aber Mobei, also finde ich mal cool. Ich finde es bisher ja echt eine sehr schöne Abwechslung, was die Trainer so haben. Das sieht man nicht, hat man bisher sonst nicht immer so gesehen. Mobei, ähm, Ladybar, also ich finde es cool. Flinklaue, okay, auch nicht schlecht. Und ich glaube tatsächlich, sehen wir zum ersten Mal eine Alola-Mauzi. Ich denke mal, ihr seht es an der anderen Farbe. Also, weil hier gibt es ja, falls ihr es noch nicht wusstet, auch ein paar Pokémon, die Gegner sind. Mozi, setzt Morgelieb ein. Lass den Gegner zurückschrecken. Ja gut, und was die Flinklaue kann, das kann ich euch auch eben schnell sagen. Die Flinklaue bewirkt, dass man eventuell schneller angreift. Erstmal angreifen. Das ist der Notausgang. Na gut, da muss ich da nicht hin. Dann gehen wir da in diese Schulgebäude rein. Boah, wie, wie das hier echt wie so eine Schule aussieht, aufgebaut ist. Nicht schlecht. Professor Koko ist für seine Forschung zu den Attacken der Pokémon bekannt. Deshalb laden wir ihn manchmal an der Schule Stunden, 1 Stunden zu geben. Okay. Das ist ja mal sehr interessant. Aber ich muss echt sagen, also so eine Trainer-Schule, sieht man auch nicht oft, also... Was ist da? Ach, da komme ich nicht rein. Okay, dann... Nächste Etage. Ah, okay. Ja gut. Also draußen haben wir wohl dabei gemacht. Dann gucken wir mal hier weiter. Es geht sogar noch einmal höher. Ach, Lehrerzimmer anscheinend. Fleckborn hat eine Attacke namens Gäna, mit der er seine Gegner in den Schlaf lullen kann. Schälft ein Pokémon ein, kann es sich erst wieder im Kampf mitmischen, nachdem es aufgewacht ist. Damit hat Fleckborn natürlich gute Karten, den Kampf für sich zu entscheiden. Ja, das stimmt. Ja, und erstmal hier am Lehrerzimmer wohl erstmal so... So, noch so einen fetten Fernseher hier reinhauen. Natürlich. Also damit wisst ihr, was die Lehrer da machen, wenn sie jetzt nicht unterrichten. Nein, ich denke mal nicht, dass das so ist. Ich glaube, das ist schon eine sehr außergewöhnliche Schule. Ich muss jetzt mit jedem hier sprechen, um zu gucken, wer jetzt gegen den ich kämpfen muss. Okay, danke für den Trank. Ich hätte irgendwas von Yorkleaf erzählt, okay. Meines Wissens nach ein fünftes Gene-Pokémon, glaube ich. Aber gut, dann ist hier auch nichts. Ja, es ist ja schön und gut. War ich da drin? Ja, doch, ich glaube, da war ich drin. Ja, es ist ja schön und gut. Aber, ja, wie geht es denn jetzt hier weiter? Oder darf ich da hoch gehen? Da hoch darf ich nicht gehen. Aber ich habe doch jetzt schon jeden besiegt, oder nicht? Ich habe draußen zwei besiegt, aber mehr finde ich hier nicht. Aber zum einen, die Tür habe ich ja noch nicht betreten. Dann gehe ich ja nochmal dahin. Aber ich meine, das ist ja nur dieser Ausgang. Ja, hier hin. Da dachte ich mir ja. Hä? Wo soll denn hier noch was sein? Nee, du bist keiner, ne? Ach, doch jetzt auf einmal... Ja, okay. Wenn ich der Allerstärkste sein will, will ich dann auch der Allerkoolste bin. Jetzt fordert er mich raus, ne? Gerade eben nicht. Weil das sah mir schon so komisch aus, wenn der so auf so einem Feld steht. Ah, muss ich jetzt nicht verstehen. Ruben. Und ich sehe, ich muss den... Oh, ein besonderes Slimer. Aber ich weiß jetzt nicht, welchem Typ der ist. Kann ich auch leider nicht sehen, ne? Welchem Typ dieses Slimer angehört. Weil das ist das Alola Slimer. Aber so sicherheitshalber nehme ich mal lieber die F. Ah, muss ich nämlich mal sie hier. Aber jetzt muss ich mal gucken, bis... Okay. Ah, das hat der schon ordentlich abgezogen. Boah, dieser Blick vor dem erst mal. Ich bin nämlich nicht sicher, was für ein Typ der ist. Okay, also Fee ist nur normal. Au, 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 au. Ja, ich weiß, dass ich da nicht fliegen kann. Ich wollte hier auch einen Trank einsetzen. Also Unlicht scheint er ja nicht zu sein. Wenn Fee-Typ normal ist. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch jetzt nicht echt euer Ernst hier. Dieses... Naja, ich trau mich nicht. Ich muss nochmal einen Trank einsetzen. Das gibt's doch nicht. Also dieses Slimer ist schon ordentlich, finde ich. Okay, vor allem mit Fun zieht er aber dafür weniger ab. Okay, dann darf ich jetzt mal eine Runde wieder angreifen. Alter, dieses Slimer, das hat ja ordentlich Stil. Boah, der taut rein. Aber gut, ich denke mal noch einmal Aqua-Knarre... Sollte es... Naja, das ist doof. Ich werde mal austauschen. Ich werde dann doch mal austauschen. Ja, ist klar, ne? Ist klar. Ist klar, dass ich wieder die Fähigkeit da aktiviere. Ist klar. Hm, natürlich. Ja, ich muss ihn jetzt super schallen. Ich muss hoffen, dass er sich selber trifft. Das Viech ist ja mal absolut heftig. Ja, darf angreifen. Klar. Natürlich. Na klar. Mhm. Auf jeden Fall. Definitiv. Auf jeden Fall. Natürlich, ne? Ist klar. Absolut. Absolut. Meine Güte, ey. Ich hätte den Part beenden sollen. Ich hoffe, ich darf gleich im Übrigen zu Pokémon Center. Och, mh. Ja, mh. Ja, muss... Ja, egal, ob du verwirrt bist, ne? Ja, muss ich ja nicht selber treffen. Nö, als ob. Als ob, ne? Nee, muss ja nicht. Muss ja nicht sein. Und es ist wieder, wieder... Das ist doch... Das ist... Nee, ich muss das ja nicht verstehen. Aber egal. Hauptsache, es ist jetzt besiegt. Oh, das wären so schöne Erfahrungspunkte auch für Ladybug gewesen, glaub ich. Alter, ey. Was hat dieses Ding für... Was hat dieses Ding für eine Power gehabt? 80 Erfahrungspunkte. Ach, und pflegen. Okay, Level 12. Vielleicht pflege ich das jetzt direkt danach, oder... Ah ja, tatsächlich. Medizin, ja. Fernsand, trocknet Nasse. Nee, ich muss das hier so machen. Ah, sehr schön. Ja, hat er ja gut gemacht. Hat sie gut gemacht. Ganz, ganz gut gemacht. Ja, noch ein Leckerli verdient. Aber ich muss gleich ihm auch noch einen geben. Dem Ladybug. Soll ja hier keiner zu kurz kommen, hier. Soll mir ja niemand nachsagen, ich würde die nicht gleichwertig behandeln. Krab, krab. Sehr schön. Gut. Ach, ich würde mich auch da wechseln können. Ja, gut, dann mache ich das eben so. Aber der erste Kampf, der hat ordentlich Zunder gehabt. Ah, das senkt aber meine Coolness-Faktor, ob ich lieber der Allerhübscheste werden sollte. Aber was soll's. Ich bin stark genug, um auch anzuerkennen, wenn man jemand anderes stärker ist als ich. Also gebe ich dir jetzt diese starke TM. Kraftschub? Okay. Erklärung Nummer 1. Mit einer TM kannst du einen Pokémon auf deiner Stelle einer Attacke beibringen. Vorausgesetzt, das Pokémon kann diese Attacke erlernen. Wenn nicht, Pech gehabt. Erklärung Nummer 2. TMs kannst du so oft einsetzen, wie du willst. Sie werden nie aufgebraucht. Voll praktisch. Was auch mit einer Edition viel einfacher gemacht wird. Oh, die Schulglocke. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Jackson, bitte in den ersten Stock kommen. Ich wiederhole. Jackson, bitte in den ersten Stock kommen. Du hast doch hoffentlich nichts angestellt, deswegen du jetzt Ärger bekommen könntest. Ich doch nicht. Ja, das kann nicht sein. So, aber ich werde jetzt noch... Damit waren wir gemeint. Lassen Sie den ersten Stock der Schule gehen. Ja, mache ich auch. Aber ich werde jetzt eben noch zum Pokémon Center gehen, weil... Ja, das war jetzt nicht so eine angenehme Sache. Aber ich würde sagen, ich bedanke euch, dass ihr zugeschaut habt. War ja doch ein spannender Part, würde ich sagen, dieser Trainerschule, mit der wir im nächsten Part dann fortsetzen werden. Wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Part von Pokémon Mond. Bis dann und tschüss, euer Jake.